einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend meine lieben freunde wir sitzen im party bus im battle bus von fortnight wo geht's denn diesmal hin zum überleben haben wir vorschläge hier ein einer sitzt auf der karte sicher das war ein feld ne wer es mit da oder blaue jetzt ist großer name da werden viele leute sein glaube ich ja aber liegt am ende deshalb aber sehr sehr auf der rote von dem bus dann ja dann nehmen wir anarchy dann müssen wir jetzt raus kommt schon jungs go okay ja dann sehen wir doch mal oder fliegen wir aber echt weit ja mein gott passt doch passt doch sieht einer von euch irgendwas irgendwie nicht ob du andere spieler sie ist nicht an den spielfiguren ist das lieblich hier das geile ist sobald du den hänge gleiter hast kannst du auch einfach in der gleichen geschwindigkeit rückwärts fliegen und so und ich ordentlich umgucken ich sehe niemanden außer uns aber das ist hier die fette shop ist eine fette scheune wieder das ist die anarchy ok granate und munition aber keiner waffe ich habe ein rifle ich auch ich habe noch einer und wir sind auch wieder ziemlich weit ab und schoss da drüben ist eine zeller kiste seid bitte was tolles hier ist noch eine schratze sehr schön cool nur scheiße da so die fette scheune ist aber schönes aber ich lage not hat dass du lage notet die boxen auch ja da hat er hat er hat er ich denke mal direkt los oder was ist mit der roten scheune die große alles leer habe ich gemacht ja auch oben ja so also ich habe jetzt drei gewehre auch jemand was ich habe eine account eine schratze ok reicht erstmal marius wie sieht es aus bei der ich habe eine shotgun zwei sturmgewehre und eine blaue piste hat jemand zwei schrotzen ja was mit dem blödsinn hier los irgendwie rein muni hier ist hier ist eine pump gun manu also ich habe hier ein grüner m4 falls die einer will ist glaube ich grün stufe 2 halt habe ich schon hier ist auch noch eine normale pumpe egal mitnehmen ich finde das so beschränkt dass man die munition hier nur so 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 limitiert auf den km 60 schuss das ist doof kommt vielleicht auch alles noch mit dem stecken ja weil du kannst halt nicht das kind für daneben zu schießen hier sind ach so maschinenpistolen hat schon einer da gelassen von euch ja gut wollen wir so langsam ja aber die taktik von gerade hat doch super geklappt einfach ein bisschen inaktiv bleiben schön am brand campen ich habe zehn bandagen ich auch drei automatische handfeuer hoffen gut sie ist doch besser okay schutz tank ich jetzt noch hier raus finden aus dem blöden haus fast klar ja da werden jetzt aber verdammt viele von links und rechts kommen die werden uns einen in die zange nehmen dann lasst uns für eine seite entscheiden ist besser als wenn wir von beiden seiten was abkriegen ja passt mal auf sollen wir sollen wir also bisher mal längst überlebt wenn wir uns am äußersten rand von diesem radios aufhalten sollen wir erstmal rüber gehen zum pleasant park und von da aus dann erst in den eigentlichen kreis wird schlecht nein also der verengt sich jetzt der kreis ja wenn wir noch zeit wir rein jetzt zum kreis würde ich sagen ja gut wer ist denn da ganz hinten ich timo und da musst du noch rüber zum pleasant park ja deswegen auf jeden fall kriegen wir jetzt auf jeden fall ja doch wir kriegen jetzt stress von links und rechts sowas von siehst du die schon oder was ich ahne sie ahnen heißt nicht sehen verengt sich ja vom winkel ja da hat das schon nicht ganz unrecht aber ja aber lässt sich halt nicht vermeiden jetzt zumindest nicht mehr aber das sagt mir der dass das metronom dass mein arsch ist dass ein teil von mir ist und davon ist doch so ein hübscher netter turm wie wirst du wenn wir uns darauf erst mal verschenzen ist der im kreis ja da ist schon geballer oben kommt von vorne ist geballer ja aber dann müssen wir ihn die ganze brücke bauen ja klar wir uns unseren eigenen turm bauen da ist gerade einer verreckt habt das gesehen war da hat sich mehr hoch gebaut zum turm habt eine idee aber das wird mies die lutz wieder junge also ich folge der idee mal nicht ich habe hier stress ich habe es aus dem leben genockt ich packe nicht verlängst von links bin bin unter beschuss oder schneider ich kriege ein weg jungs von links kamen welche haben wir hier vielleicht einen geilen hier ist noch ein band für die geht hinter uns nein ich liege zugriff 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 da ist dort man am boden ja könnt ihr mir hochhelfen lots um gucken lots um gucken nicht looten lotz lass das medikit da bitte für mich liegen guckt ich um die wand wir müssen sofort post nein wir sind noch innerhalb der wand alles cool ach so mein gott alter das kriege ich auch nicht wo du panikmacher ja mein gott besser als gar nicht ich habe 15 verbände und ihr wieder voller hp ist eine kiste da fliegt was runter halbautomatische scharfschützen werden automatisches gewehr ich habe nur normales scharfschützen gewähr erreicht wird nimmt einer war das ding hier was denn hat ja hat mario seit ich habe schon jetzt sollten wir langsam los ich habe gerade registriert dass man nur zehn granaten stecken kann und danach die nächsten anfangen ich habe eine idee ja und da haben wir keine zeit für kann man die leitern auch runter bauen ich glaube nicht dran warte doch natürlich wie ja aber das ist mega auffällig wenn wir sie runter bauen okay alles klar ich meine ich habe 15 medikits dabei ist wird man aber auch nicht ausreizen er hat keiner bestimmt weil 15 medikits zu benutzen mehr als eine minute mehr als zwei minuten dauert ich sind noch granaten ich habe ich bin auf zehn granaten ich brauche können nein lutz hat die granaten bitte bitte abgegeben ich habe gebraucht habe keine sorgen auch nicht einfach laufen einfach laufen wie die sind wir nicht wie das einfach wird es wieder aber hacken du bist so bescheuert man das ist nicht mein kraft junger lauf bewegt dein arsch folgt meinem arsch ist mir egal irgendwas die wand sie kommt doch schieße über 50 prozent geschafft die will dich holen die wand ist schneller als wir sie will dich lud sie will ein stück von dir ja auch du scheiß berg vor uns längst rüber bauen längst ist klein längst ist kürzer müssen rum rumlaufen ach du scheiße ja komplett was für ein geiler part einfach nur so running 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 alle mit so einem süßen kleinen staubwirkchen hinter sich her da schießen ich habe gleich mal umgedreht das ist wohl scheiß egal da kommt eine wand links von uns ist einer zwei links ist auch gleich drei die rennen alle ja klar das sollten sie auch tun so haben wir uns gesehen gleich sofort rechts und deckung suchen ich kann es einfach nachfragen geh rüber ich bin drin lauf nutz du musstest ja auch den blöden nein ich bin auch drin du musst es ja diesen scheiß baum hacken alter ich bin sicher safe deckung ich bin auch safe ja auf jeden fall hast du uns unsere position jetzt hast du den unsere position verraten die beiden snipe aucken da hauptsache wir schießen gleichzeitig what the fuck gar nein dringe mal zum baum vor weh mir schießt einer in den rücken da siehst du wie schwer das ist mit der sniper zu ziehen selbst aus der distanz ich habe getroffen 55 HP ab und so boah gut ich habe getroffen da unten ist er ich habe ihn er liegt und da unten ist der nächste ich setze mit granaten so ein bisschen unter druck zumindest ist hier eine wand weg alter ist die ungenauung sollten uns wieder bewegen ja ich gehe mal zu der leiche hin ob irgendwas nettes da ist hast du den einen umgeschossen der an dem baum stand lutz cool oh mein gott hat man getötet boah hat ihm den gnaden schluss gegeben no no scope ja aber das ist immer noch geballert hey da unten ist loot ja ich habe alle beide getötet der wollte den wieder könnte das eine falle sein nein fuck ich wurde getroffen wir gehen da hin ich bin tot alter ist da viel los wo ist der typ da wo ich war ja wartet einfach der muss sowieso kommen ich stehe genau da könnt ihr mir bitte helfen ich bin da und erlaubt doch einfach wie soll ich laufen der typ stand zehn meter von mir entfernt wenn ich sage wir gehen da hin dann sagt ihr entweder nein tun wir nicht beschwere ich mich eigentlich es ist einer von beiden war lutz es war klar dass er nicht hinter mir steht um mir zu helfen ich habe mich umgedreht ich habe ihn aus den augen gelassen lutz da kommt er da kommt er da kommt er schmeißen gerade oben rein lutz sagt wenn du dich umdrehst und scheiße holst sagt dem man das klin 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 wo warst du klin klin noch ich habe mich wieder nicht schießen drücke nicht bewegen marius das bricht ab alter bollets du bist so ein hallo drehen warum gehst du denn sammeln wenn ich hier am schießen bin hast du sie noch alle schutzdrank drin links davon ist schon renn da rein hol den schutzdrank und verpiss dich wieder und medikit nimmt das medikit vor allem mit er stirbt er stirbt jetzt genau er nimmt das medikit nicht mit der junge war sorry du bist so ein demlack ne du bist so ich hab das nicht ich hab das nicht gekriegt mehr er hat mir die ganze zeit andere waffen gegeben habt ihr denn jetzt überhaupt medis scheiß marius du hast doch so viel oder mein gott alles muss man selber machen nimm die scheiß medikits auf man alter schwede verbind dich lutz verbind dich tu dinge ist er erst mal seine munition am sortieren wo wo ja ich würde mich hinter den baum stellen lutz ihr habt nur noch vier gegner ne ihr könnt das schaffen ich sag ja sechs ja von diesen sechs seid ihr aber zwei ich bin auch wieder drei leute leben noch oh scheiß haltet euch am rand geht noch nicht in diesen scheiß kreis rein wo 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 ich weiß nicht lutz geht zu marius rennt einfach weg geht zu marius guck auf die karte guck auf die karte geht zu marius lutz wo bist du verdammter renn da hin ich hab ein du bist so ein oh er hat einen ich komm zu dir ich hab ihn ich komm bleib hinterm baum bleib hinterm baum ich dachte du hast ihn abgeschossen bleib hinterm baum ja bewegt dich halt mehr hinterm baum sonst hockt doch ein äh äh ich hab Angst Alter jetzt renn noch nicht zu dem loot wo sind da leute ich renne überhaupt nicht zu dem loot ey ich red auch primär mit Lutz da oben ist er am berg ich seh ihn ja vorsicht der snipet ok ich hab noch eine kugel im sniper wo ist der auf dem berg hinter einem baum geradeaus hinterm baum aber hinter dem hinteren baum ja ich seh ihn seh die rifle von ihm der muss da jetzt raus sind doch zwei leute die leben nö die sind ihr seid im kreis wir seid im kreis wie nicht genügend munition nicht aus den augen lassen Lutz nicht aus den augen lassen boah da liegt ne sniper drin ja Lutz nicht so loot geil ja ja der ist boah dieser sniper diese automatik das ist so traurig sie liegt da einfach rum ohne munition hast du was Lutz ganz links ne vorsicht hast du was präziseres ich hab keine munition mehr für die sniper ich werd wahnsinnig ich hab munition ja dann versuch ihn da weg zu holen oh mein god ist er nicht weg kommen wir hier nicht weg wo ist der hinter dem baum nicht mich scheiße bleib stehen bleib stehen ich hasse was machst du denn da verzeihung guck wenigstens Lutz guck dich um nein er kann sich nicht umgucken oder nein ich weiß es nicht genau doch wenn er eh gedrückt hält kann er sich umgucken ich sehe es er baut er baut das ist gut aber ihr müsst langsam rein wir müssen jetzt wir müssen wir müssen zum nächsten baum links lang gehen nicht rechts rechts steht der doch oder nicht nein links steht der ich sehe ihn rechts ist einer am berg runter gesprungen Lutz renn noch nicht drauf los wenn Marius sich noch heilt du Freak alter du 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 achte aufs team jetzt bleib an dem scheiß baum stehen ich hab Angst um dich Junge voll überfordert keine Sorge also rechts am Haus ist einer hin alter sprecht euch ab Lutz nicht campen jetzt Marius rennt schon ok lauf da hin hier hin alter da ist nur noch einer ihr könnt den rushen der guckt da oben drüber nein kill ihn scheiß auf mich kill ihn Lutz renn versuch nicht zu snipern renn da hin ich versuch es ja renn ich versuch es gib Marius Feuerschutz ah lol es hat grad bei mir geleckt oh nein eine Hornachse vor allem stand der außerhalb des Schilds mit seiner Base ne ihr hättet nur durchhalten müssen wenn Lutz da Feuerschutz gegeben hätte ja genau das hätte boah das Teamplay ist aber auch so wahnsinnig Qualitätsunterschied nennt man sowas boah wäre das knapp wir hätten es packen können ja hätte hätte Fahrerkette nächstes mit ja ITC out Leute tut dem Kanal was Gutes die großen vier bye